Basketball ist ein schnelles Spiel. Es ist das zweitschnellste Mannschaftsspiel nach Eishockey und wird im 5 gegen 5 über das ganze Feld gespielt. Ein 1 gegen 1 ist eine der wichtigsten Situation im Spiel, aber das funktioniert nur, wenn alle 5 auf dem Feld zusammen agieren und sich gegenseitig unterstützen und helfen. Basketball kommt aus den USA, ist Ende des vorletzten Jahrhunderts, muss man jetzt schon sagen, dort erfunden worden. Der hat Pfirsichkörbe an die Wand genagelt und da haben dann die Studenten, die er gehabt hat, auf diese hohen Ziele geworfen. Es gibt Kinder, die steigen schon im Alter von 6-7 ein und es gibt bis über 65-Jährige, die sogar deutsche Meisterschaften spielen. Also es ist ein Lifetime-Sport geworden. Das Spiel ist in 4 Viertel unterteilt, 2 Halbzeiten nach jeweils 2 x 10 Minuten. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Es gibt kein Unentschieden im Basketball. Verteidigung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das Spiel wird an zwei Enden des Spielfeldes gespielt. Wir verteidigen, um angreifen zu können und nach dem Angriff muss man auch schnell wieder umschalten. Das ist ja das, was unser Spiel auch auszeichnet. Ich bin der Moritz Kremke, ich bin 13 und ich spiele schon vier Jahre lang Basketball. Dass ich so groß bin erstmal, das hat mir gut geholfen und fasziniert hat mich, dass man mehr Punkte macht eben als im Fußball und es dann mehr Spiellauf darin gibt. LeBron James, das ist mein Vorbild. Der ist sehr dribbelstark, der macht viel gute Sachen und die sehen auch ganz gut aus. Dieses Miteinander, dieses sich Austauschen auch mit den Athleten, den Leuten etwas vermitteln und sehen, wie sie es dann auf dem Feld umsetzen und erfolgreich sind damit. Das macht einfach Spaß. Das macht mir Spaß. Das ist, warum ich die Sache mache. Bis zum nächsten Mal. Üç